Ich bin den Bildern meines Vaters auf der Spur. Sehe ich diese Bilder, denke ich an meine Kindheit. Mein Vater war Fremdenlegionär. Interessiert dich wohl nicht besonders, wer dein Vater wirklich ist? Das herumsträuchen, die Mädchen habe ich geliebt. Das wurde meine Heimat, die Legion. Ist nicht hier deine Heimat? Merde! Ich möchte den Anfang dieser Geschichte finden. Ich dachte, ich sei ihnen auf der Spur. Ist es nicht umgekehrt?